Willkommen zu unserem Premieren-Podcast. Ab heute werden wir euch regelmäßig interessante Gäste hier im Studio vorstellen und mit ihnen über aktuelle Themen diskutieren. Unter dem Namen Südpol dreht sich bei uns alles rund um das südlichste Bundesland Österreichs, Kärnten. Mein Name ist Jan Leber. Und mein Name ist Julia Römer. Zu Gast bei uns haben wir heute Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl. Mit ihm wollen wir uns heute über die Bedeutung von Social Media in der Kommunikation der Wirtschaftskammer Kärnten und über unseren neuen Podcast unterhalten. Herzlich Willkommen. Wir freuen uns heute, Präsident Jürgen Mandl zu uns zum ersten Podcast im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Mandl. Grüß Gott. Hallo. Schönen Nachmittag. Heute starten wir mit Südpol, dem ersten Podcast der Wirtschaftskammer Kärnten, in dem es um Diskussionen zu aktuellen Themen gehen soll. Der Trend, Inhalte hörbar zu machen, ist schon ein sehr aktuelles Thema derzeit. Welche Rolle spielt diese Art von Medien für Sie? Ja, natürlich hat sich vor allem in der Zeit der Pandemie auch als besonders wertvolles Zuhörerinstrument entwickelt, weil natürlich auch sehr viele spannende Themen von immer wieder tollen Leuten abgearbeitet wurde. Und es ist natürlich so, es ist nicht lange vorbereitet, sondern sehr intuitiv, so dass es viel persönliche Meinung dahinter ist. Und dadurch macht es für mich das deutlich authentischer. Ja. Mit welchen Medienangeboten halten Sie sich sonst so auf dem Laufenden, was in der Welt passiert? Natürlich sehr viel Lesen im Allgemeinen. Also ich lese natürlich einen Querschnitt von vielen Tageszeitungen, Wochenzeitschriften, weil die Dinge sich immer interessieren. Bei meinen sozialen Medien bin ich ein bisschen ausgestiegen, gestehe ich, weil es dann auch überfrachtet wurde und viele Meinungen einfach nicht meinem Weltbild entsprechen. Aber im Lesen im Allgemeinen sehr, sehr viel. Die Wirtschaftskammer Kärnten hat auf vielen Kommunikationsgebieten getestet und ausprobiert und auch oft eine Vorreiterrolle übernommen. Nun erweitern wir das mit einem Podcast. Und glauben Sie, dass auch Podcasts für die Wirtschaftskammer als Informationsträger funktionieren werden? Ja, selbstverständlich. Ich glaube, sich erstens einmal zu verschließen und zu glauben, ich kann aus einer Zeit, die heute, wo Facebook, Instagram, viele andere Dinge als Selbstverständlichkeit geworden sind, neben dem normalen Medien, Fernsehen und Printmedien, ist das ein wesentlicher Bestandteil des Leseverhaltens oder Zuhörverhaltens der Menschen geworden. Und sich dem zu verschließen und zu sagen, ich komme ohne Dinge aus, halte ich für grundsätzlich sehr naiv. Aber es geht natürlich immer wieder um Themen zu transportieren, auch persönliche Meinungen zu artikulieren. Und da halte ich das für ein besonders geeignetes Instrument, weil es, wie ich am Beginn schon gesagt habe, sehr authentisch ist, sehr ehrlich ist und weil man seine persönliche Meinung in einer sehr angenehmen Atmosphäre auch diskutieren kann. Sie haben es gerade angesprochen, Informationen sind mittlerweile relativ in Sekundenbruchteilen verfügbar und rund um die Uhr vor allen Dingen. Wie profitieren Sie von dieser Entwicklung, nicht jeden Morgen auf die neue Zeitung warten zu müssen, sondern das gleich aufs Handy zu bekommen? Und wie schützen Sie sich vor allen Dingen vor dem zu viel? Ich glaube, dieser Mittelweg zu finden ist nicht wirklich ganz leicht. Es ist wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich. Es ist teilweise übermenschlich viel zur gleichen Zeit. Auf der anderen Seite sind viele Dinge natürlich sehr, sehr schnell und sehr effizient einfach verfügbar. Das heißt, einerseits, wenn etwas passiert, wenn Dinge sich verändern, sehr, sehr hilfreich. Auf der anderen Seite wird manchmal ein zu viel an gleichzeitiger Information genauso überfrachtet natürlich. Auch das tägliche, manchmal Ändern von Themen, von Meinungen. Früher ist mir relativ klar, eine gewisse Zeit zu einer Meinung gestanden, hat die Dinge auch länger umgesetzt. Heute verändert sich das einfach schneller. Aber ich schütze mich, indem manchmal ich einfach Dinge ausschalte. Haben Sie sich wirklich solche Aufzeiten quasi eingebaut in Ihr Leben, dass Sie sagen, jetzt lege ich für diese und diese Zeit mein Handy weg und dann bin ich nicht erreichbar für Informationen und für andere Leute? Für eine gewisse Zeit. Also wenn es im Urlaub ist, dann schaue ich irgendwann einmal erst am Nachmittag aufs Handy hinauf. Ich sage, okay, so dramatisch kann es nicht sein. Wenn etwas ganz katastrophal wäre, dann wird man schon informiert werden. Aber ansonsten versuche ich, mit einem gewissen Maß an Distanz auch meine innere Hygiene ein bisschen sauber zu halten. Die Nähe zu folgen ist besonders im Social-Media-Bereich sehr eng. Man ladet sie quasi direkt in sein Leben ein. Welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht? Der war bis jetzt immer sehr, für meinen Begriff, sehr gut. Und es ist ja niemandem davor gefeit, Dinge nicht immer richtig zu machen, Fehler zu machen oder auch manchmal sich nicht klar auszudrücken. Sodass es nicht von allen ganz klar so aufgenommen ist, wie man es intensiert hat. Und wenn man da eine Antwort bekommt, ist das ja etwas sehr Hilfreiches, um Dinge klarzustellen und vielleicht noch einmal nachzuschärfen, damit es deutlicher auch klarkommt, dass man das, was man auch gesagt hat, auch tatsächlich so ankommt. Und da ist ja diese schnelle Antwort, dieses Nachfragen eine extrem hilfreiche Geschichte. Ich kann mich damit auch daraus setzen, dass man vielleicht, ja, das hat man wirklich nicht gescheit formuliert. Das hat man wirklich unter Umständen auch nicht so präzise formuliert, wie man es gerne hätte. Du hast im eigenen Kopf immer ein Bild dazu. Wie man sich das gerne, wie man das sagt, okay, so könnte das sein. Aber da gibt es ein Gegenüber und für den ist es scheinbar nicht so klar. Und wenn man dann relativ schnell darauf reagieren kann, ist es, glaube ich, in vielen Fällen oder in den meisten Fällen mehr als hilfreich und hilft auch für eine ganz deutliche Klarstellung. Wenn wir jetzt mal Social Media ein bisschen beiseite lassen. Sie haben so auch relativ viele Kontakte mit Kunden und Lieferanten. Wie funktioniert diese Art von Kommunikation und wie halten Sie Kontakt zu Firmen, die für Sie wichtig sind? Beziehungsweise wie bauen Sie Kontakte auf? Wenn ein normales Umfeld vorhanden ist, man besucht die Leute. Also das funktioniert nicht über Video- und Video-Geschichten. Aber das wird einfach schlichtweg besucht oder man telefoniert. Und das hat jede Branche seine Eigenheiten. Ich bin in der Investitionsgüterbranche. Da wählt man sich vorher an, da macht man vorher Termine. Aber es bricht vor allem über sehr viel Persönlichkeit und Kontakt, eigentlich die Dinge aufrechtzuerhalten. Das, was sich natürlich deutlich gemacht hat, auch in dieser Zeit jetzt, dass wir technische Absprachen längst auch digital halten können. Da braucht man nicht mehr reisen. Aber für viele andere Trimmen ist eigentlich dieser persönliche Kontakt, wo man sich hinsitzt, wenn man etwas bespricht, durch heute ein Mittagessen von ihm, wo die Zeit da ist. Ein bisschen abseits der normalen Gepflogenheit etwas zu besprechen. Sehr, sehr hilfreich und fördert natürlich auch sehr, sehr langfristige Verbindungen. Sie sind sehr viel in der Welt unterwegs mit Exportmissionen, auf Messen und so weiter. Hat die Digitalisierung in diesem Bereich was verändert, was die Kundenkommunikation angeht? Wie man kommuniziert hat vielleicht etwas verändert. Aber prinzipielle Kommunikation hat sich nicht verändert, weil er hat dieselben Wünsche, Begehrlichkeiten, einfach Dinge, die man lösen. Im Normalfall lösen sie ein Problem bei einem Kunden. Wie ich vorhin erwähnt habe, sie können technische Absprachen, wenn sie, wie bei uns im Investitionsgitterbereich, die technischen Parameter vielleicht mit anderen Lieferanten besprechen. Das funktioniert durchaus digital. Aber neue Kunden, Geschichten zu wecken, neue Kunden zu akquirieren, ist digital sehr, sehr herausfordernd, muss man dazu sagen. Und das ist deutlich leichter, wenn man Emotionen persönlich gegenüber sieht, wenn man einfach das Gefühl für den Gegenüber einfach hat, wie die Sensibilität für gewisse Themen ist. Und das ist fast nur persönlich zu machen. Daher ist es jetzt schon an der Zeit wieder gewesen, sich ganz persönlich den Leuten wieder zu widmen, zuzuhören. Und das ist halt schon etwas anderes, ob ich über mein Videogerät zuhöre oder persönlich in meiner Gegenüber sitze und auch eine körperliche Reaktion zuhöre. Das ist das, was mir auch gerade in den Sinn gekommen ist. Wir haben jetzt 14 Monate Corona hinter uns. Wie hat das in dieser Zeit funktioniert, wo man wirklich gar nicht oder fast überhaupt nicht Leute besuchen und treffen konnte, wo es keine Handschläge gab, wo es keine persönlichen Abmachungen gab? Welche Krücken hat man sich da genommen, um da zurechtzukommen? Ja, es ist unterschiedlich. Also man hat, glaube ich, so, dass der erste Lockdown war durch eine Verunsicherung. Man hat wirklich nicht genau gewusst, wie heftig ist die Krankheit, wie wirkt sich das alles aus, wie kriegen wir es im Griff, wann können wir unter einem Stimmel wieder aufmachen. Man fährt von 0 auf 100 viele Dinge runter. Da waren wir am Anfang extrem beschäftigt, gewisse Dinge im Hintergrund aufrechtzuerhalten. Das heißt, man hat gehört, dass das Warenfluss funktioniert, dass Grenzübergänge funktionieren, dass die ersten nicht funktionierenden Hilfsgeschichten auch zum Laufen kommen, dass die Software sozusagen, also du weißt im Wald, wie ein Roboter damit beschäftigt, dass es sagt, okay, wir versuchen diese Hilfen so zu machen, dass sie auch ankommen. Dann hat es durchaus einen funktionierenden Sommer gegeben. Und dann haben wir einen zweiten Teil, da hat man einen gewissen Erfahrungsreichtum mitgenommen. Nur die Anzahl ist natürlich noch einmal gleich geblieben. Viele Branchen haben weiterhin gut funktioniert. Bau hat weiterhin funktionieren können. Und das ist das eine. Und auf der anderen Seite im eigenen Geschäft war man natürlich angewiesen, auf eine kurze Zeit zu schauen. Im nächsten Sommer, Reisetätigkeit war quasi eingestellt. Aber da war notwendig, einfach, dass man sich mit den Leuten Zeit nimmt, telefoniert, spricht, passt alles, brauchen sie etwas, kann man wo unterstützen, all diese Themen. Und das ist halt immer ein sehr persönlicher Angelegenheit gewesen. Sind jetzt quasi die zwei Baustellen, die jetzt nach der, also wir sind ja noch nicht nach der Corona-Krise, aber wir sind in Zeiten von sinkenden Inzidenzen und mehr Freiheit, sind die beiden Hauptbaustellen jetzt diese persönlichen Kontakte wieder zu animieren und zu intensivieren. Und auf der anderen Seite trifft der Rohstoff, die Rohstoffknappheit, die jetzt in vielen Bereichen ist, wie hart trifft die auf die Wirtschaft? Wir werden sehen, wie sich Verhalten tatsächlich eingebürgert haben. Das muss man dazu sagen. Ich bin ja nicht ganz klar, dass wir einmal im Herbst und in den Winter hinein sehen, bleiben bei gewissen Verhaltensmaßnehmern, die wir uns angeeignet haben, weil halt diese Pandemie war, wie sie war, bleiben sie so oder geht das wieder zurück, wie es war. Bei den Rohstoffknappheiten, ich bin der Meinung, dass sich diese Dinge bis Mitte Herbst normalisieren beginnen. Es ist ihnen natürlich nicht angenehm, weil die gibt die Verfügbarkeit, über die wir einfach gewohnt waren, die ins Geschäft, dann kaufst du es und nimmst mit heim. Fertig. Und der Preis ist kalkulierbar. Es gibt natürlich jetzt durchaus Branchen, die heftiger betroffen sind, weil einfach Baustoffe, Rohstoffe wie Holz, viele Dinge, deutliche Preissteigerungen mitgemacht haben, wo die Dinge, wie wir uns auch gewöhnt haben, weil natürlich dieses Just-in-Time immer verfügbar war, zwei, drei Tage später habe ich auf der Baustelle alles im notwendigen Ausmaß gehabt. Und da sieht man natürlich auch, was es bedeutet, wenn einerseits Fabriken auch zugemacht werden, wie lange es da sich dauert, bei gleichzeitig anspringender, extremer Konjunktur weltweit, welche Folgewirkungen das hat. Aber ich gehe davon aus, dass sich die Dinge auch wieder einigermaßen normalisieren werden in Richtung Herbst. Für die Wirtschaftskammer betreuen wir ca. 15 Kanäle wie Facebook, Homepage, Instagram und viele andere auch. Wir wollen nämlich dort mit den Menschen reden, wo sie auch sind. Und wie schaut das denn bei Ihnen aus? Wo wollen denn Sie am liebsten kommunizieren? Oder was benutzen Sie am liebsten? Das ist total, total unterschiedlich. Also nachdem ich meinen Facebook-Account schaue mir die Dinge natürlich an, wenn auf Messenger Nachrichten kommen, versuche ich sie sehr, sehr schnell zu beantworten. Viele Dinge kommen dann natürlich über euch auch herein. Ich versuche, wenn ich Mails bekomme, sie so schnell wie möglich zu beantworten. Auf Anrufe habe ich eigentlich die ganze Pandemiezeit immer sofort reagiert und versucht auch ganz schnell. Ich glaube, das Wesen bei vielen Themen ist und es wird immer wieder Dinge geben, die nicht perfekt sind. Und wenn jemand das aufstoßt und er sagt, okay, das oder das hätte ich gern besprochen, das ist das Wesen auch im beruflichen Leben, Probleme so schnell wie möglich einfach zu beheben. Und das gehört ja auch im normalen Alltagsleben dazu, zu antworten. Erstens finde ich es ein Akt der selbstverständlichen Höflichkeit. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite, wenn jemand der Schuh drückt, dafür sind wir auch da und das gehört wie antwortet. Und das so schnell wie möglich. Ist das jetzt ein Vorteil, dass die Leute quasi ohne Barriere ihre Probleme vorbringen können, Kontakt knüpfen können, ohne dass sie jetzt irgendwie ein spezielles Medium brauchen, sondern eigentlich quasi direkt Zugang zu Jürgen Mandl als Präsident der Wirtschaftskammer haben? Was nicht bloß ein Vorteil ist, aber auf jeden Fall, es gehen kommende Dinge, versuch wirklich schnell einfach zu beantworten. Es kann ja nicht durchaus sein, dass es nicht befriedigend beantwortet wird. Auch das ist durchaus möglich, wenn man auch nicht immer in der Lage ist, jedes Problem einfach so schnell oder sofort zu beheben. Aber vom Prinzip her passt das perfekt. Das ist so, wie es sein soll. Man trifft jemand und sagt, du das und das hätte ich. Ja, passt, ich schau mich an. Herr Mandl, vielen Dank, dass Sie bei uns heute im Studio waren. Das hat uns sehr gefreut, Wir sind natürlich gespannt, welche neuen Kommunikationskanäle und Trends sich noch weiter so entwickeln werden. Eines ist sicherlich klar, die Wirtschaftskammer, also wir, werden weiterhin Trends verfolgen und diese ausprobieren. Dankeschön. Hat dir der Podcast gefallen? Dann folge uns einfach und bleib auf dem Laufenden. Natürlich freuen wir uns auch über deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.